So, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 58k, ja, das könnte für das ein oder andere Upgrade reichen. Shop. Mauszeiger, geht er weg. So, sehr schön. Nicht bei, sondern Fuse. Äh, ich habe doch Shockwave. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich habe jede Menge Plug-in-Chips aufgesammelt, als ich die Androiden geborgen habe. Hier zum Beispiel Anti-Chain-Damage. Oh, das hört sich richtig geil an. Two seconds. Zwei Sekunden ist richtig viel. So, ich bin mir extrem sicher, dass ich noch ein anderes Shockwave plus zwei aufgesammelt habe. Hm, okay. Moving Speed Up habe ich normal plus eins und plus zwei. Gut, das kann sein. Evade Range Up. Moment mal. 60%? Wenn ich da mal so drüber gehe, möchte ich eigentlich auf jeden Fall dieses Anti-Chain-Damage und das neue Evade Range Up plus drei haben. Nehmen wir mal an, hier kann ich nicht so awesome viel machen. Naja, ich koche nochmal ein Upgrade hier. So, 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 so. Achso, ich habe ja auch ein neues Pod-Programm bekommen. Gravity. Aha. Auch cool. Customize. Es ist wahrscheinlich eher Defense. Genau. Puh, 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 ist aber auch richtig teuer. So. Dann ist das vielleicht doch eher Support. Ja, das... Removen wir mal. Dann sagen wir Optimize. Yes. So, und dann sagen wir das hier. Nice. Habe ich kein Auto-Use-Item mehr? Ach doch, aber das... Okay. Äh, remove. Dann wieder Optimize. Meine Güte, das könnten sie automatisch machen, finde ich. So, und jetzt haben wir hier Auto-Use-Item plus eins. So. Wave. Bedeutet dieses Kästchen dahinter, dass das das Maximum ist? Weiß es nicht. Könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine... Was wollen die da noch mehr machen? Wir können natürlich den Damage hochschrauben. Okay. Okay. Jetzt haben wir das gemacht. Hier ist noch ein... Oh, warte mal. Das Head ist amazing. Le... Hint, Hint. 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 Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir sogar auch noch neue... Oh, warte mal. Ach da, kann ich nicht aufmachen. Äh, neuer... Nachricht bekommen. Hmm. Mein Memory. Ich dachte, die Resistance-Members sind tatsächlich Menschen. Aber das sind auch Androiden? Hm, Wüste irgendwie. Begnügungspark. Äh, keine Ahnung. Hm, diese Pläne seien familiar. Einer sieht wie das Verlustpark. Einer sieht wie das Desert. Und einer sieht wie das Wetter. Lass uns unsere Augen öffnen, wenn wir in einer dieser Umgebung sind. Glorreiche Idee, danke. Okay, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Map-Mode. Das hier ist dieser Ding. Doch, guck mal. Da ist jemand drin in dem... Wenn man sich das so dreidimensional anguckt, da in diesem Brückenpfeiler. Äh. Okay, was haben wir hier? Your Heart Betrayers. Ich dachte, die hätte ich schon... Ah, ne, die waren da. Jo. Gehe ich mal da hin. Hier haben wir auch noch irgendwie so... Äh, unbekannte Sachen. Ach, haben wir unser nächstes... Target. Wohl, warte mal. Ich kann hier nochmal eben... Ups. Äh, so ein... Okay. Okay. Du Arsch. Du bist da oben drin. Ich weiß es genau. Ach so, ich muss sogar... Ich kann hier in die Richtung. Oh. money 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 so da ist der weg blockiert und sich wohl hier oben lang ob das eine kiste die ich nicht öffnen kann ja auf wie geht's ach war das meine startgegend hier interesting so und könnte ich das markierung jetzt aber auch wieder wegnehmen was sollt ihr denn Ich wusste gar nicht, dass man Fallschaden nehmen kann. Was ist das für eine Attacke, die ich je hin und wieder starten kann? Was ist das für eine Attacke? 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 Ja, andere sind hier nicht. Was ist das für eine Attacke? 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 Falsche tasten gedrückt gerade die ganze zeit jetzt kassier ich gerade irgendwie ganz schön 10k nicht schlecht so Warum haben sie in der ersten Zeit von der Resistenz geteilt? Du denkst, eine Anemone könnte etwas sein? Let's find out. So. Mal ein bisschen gucken, ob wir hier nicht noch Loot finden. Sieht nicht so aus. So. Wir hatten jetzt aber hier in der Gegend noch ein paar Markierungen. So. Nämlich zum Beispiel das hier. Ich glaube, das ist am nächsten dran. Achso, ich habe eine neue Waffe bekommen. Fällt mir gerade so auf. Äh, Items. Ach ne, da. Weapons. All Weapons. Ancient Overlord. Aha. So. 240 bis 250. Das ist besser als die Lanze, die wir gefunden hatten. Boah, ein bisschen. Hatte ich mir... Aber hier, das hatte ich mir doch schon mal angeguckt. Ja, ja, ja. Wieso war das jetzt wieder rot hier? Okay. Warum ist eine Kiste, oder? Eine Kiste, die ich öffnen kann? Ich bin mir sicher. Oh ja, tatsächlich. Gut, dass ich nochmal hingegangen bin. Jetzt hätte ich das Medium Recovery nicht bekommen. Das wäre grausam gewesen. Neunz. Okay. Hallo. Hi. Kann man wieder speichern. Ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert, glaube ich. Okay, dann ist da hinten direkt... Oh, was haben wir hier? Da hinten direkt das nächste Dingens. Hier haben wir den einen Goliath gefeiert. Oh, was ist denn dies? Hä? Hä? Ich glaube, der Base Damage ist höher als bei meinem Katana, oder? Mal schauen, was so ein Upgrade kostet. Oh, das ist meine Leiche, ne? Holy fuck. Okay, habe ich meine Leiche wieder eingesammelt hier. So. Äh, Map. Factory Entrance. So, hier das irgendwie haben wollen. Okay. Wie ist das? Aye. Hm. Schon wieder falsche Tasten hier Ich muss da doch bestimmt irgendwie hinkommen Komm ich nicht Oh, holy shit Oops Ja, das sind meine Schock-Attacks hier Oh Oh, fuck Langsam bezweifle ich, dass ich da hinkomme Hallo Achso Kann ich nicht öffnen Oh Tausend Gold So, jetzt gehen wir wieder in die richtige Richtung hier, ne Oh Oh, au Ach, hier kann ich ruhig ein bisschen dumm spielen Das macht mir so gut wie kein Damage hier alles Wo haben wir es Okay Fuck You Boy Oh, hier Hier Irgendwo aber in dem Gebäude drin, oder nicht Äh, müssen wir sich hier nicht doch Hey Hi Ah, ja, 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 ja Dann erf ich mich nicht Okay, hier haben wir gegen den Arm gefightet, oder was das war, und hier komme ich nicht mehr rein. Tja, war der ganze Weg umsonst hier? Das wäre nicht so cool. Muss ich beim Rückweg mal aufpassen, ob ich hier nicht irgendwo... Einfach weil ich es kann. Hm hm. Hm hm. Hm hm. Hm hm. Hm hm. Ach, nervt mich nicht hier. Okay, da komme ich da... Oh, fuck nein, ich wollte hier nochmal weitergehen. Hallo. Hallo. Is it me you're looking for? Hm hm. Hm hm. So, gehen wir hier nochmal lang. Hallo. Hallo. Oh. 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 Oh, okay. Oh. Hm, da konnte ich auch nicht. Dann ist das vielleicht etwas, was ich noch irgendwie storymäßig erforschen muss oder so. Ich würde mal jetzt inzwischen fast vermuten, dass ich da diese Fahrstühle für bedienen können muss. Okay. Hätten wir das Gebiet also auch erforscht. Äh, wie kam ich hier nochmal weg? Hier war irgendwo eine Treppe oder? Ich bin hier an der linken, da genau. Was? Was machen wir jetzt mal als nächstes hier? So. Was ist das hier? Okay, Maschinenuntersuchung. Jo. So. Gekauft. Einen Je Bike 10 W W W W W W W Vielen Dank.